Er wundert mich nicht. Okay, pass auf, wir ziehen das Ding jetzt mal auf. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht... Achso, warte mal, wenn das dann gleich hochhüpft, dann fange ich es. Jetzt müsste es gleich irgendwann hüpfen. So, jetzt zu. Und dann schieben wir das da hin. So, und dann gehe ich jetzt schnell zurück. Oh, schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe. Ich habe es einfach getan. Und dann können wir nur hoffen, dass das da durchrutscht. Und wir uns draufstellen können, damit wir nicht absaufen. So. Ah, die Kiste geht... Ah! Das ist ja clever. So, ich gehe schon mal hier hoch. Was ist denn das schon wieder? Das ist doch ein Schalter. Ich sehe das doch. Ja. Ah, warte mal, wenn ich jetzt wieder zurückgehe und den Hebel unten zumache Hm Jetzt komm ich da, da komm ich aber nicht hoch Abgesoffen Ah, was hätten wir bloß, die Regenmaschine in Ruhe gelassen Wir sind die cleversten Wir sind, äh, mega clever sind wir Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir da irgendwie Ich weiß nämlich nicht, ich glaub nicht, dass man da hochkommt Nee, so kommt man da auf jeden Fall nicht hoch Ist das zu hoch? Bist du zu kurz? Auf jeden Fall Aber wachsen können wir hier nicht Könnten, ich werd jetzt mal Hm Den müssen wir ja auch machen, sonst kommen wir da nicht rein Hey Hey Können wir an den Ketten klettern? Ne, kommen wir auch nicht. Wenn ich da unten reinspringe, bin ich tot. So, jetzt machen wir das wieder zu. Aber ich verstehe den Sinn darin nicht, weil wir brauchen ja das Wasser eigentlich auf der anderen Seite wieder. So haben wir ja nur noch weniger Wasser. Das ist doch blöd. Wenn ich jetzt reinspringe, dann ersaufe ich doch bestimmt wieder. Das ist mir ein Rätsel. Nein! Oh, Gott sei Dank. Wenn ich das jetzt nochmal aufmache... Das ist doch... Und einfach absaufe. Ja, ich würde sagen, das ergibt Sinn. Hm. Kann man mit der Kiste irgendwie noch was machen? Ne, die ist zu schwer. Kann man nichts mitmachen. Ah, ich könnte natürlich weniger Wasser reinpumpen. Vielleicht so, dass es gerade reicht. Vielleicht so, dass es gerade reicht. Okay. Gut gestärbt. Hatten wir ja lang nicht mehr. Ich... Das ist wohl wahr. Oh, jetzt hänge ich hier. Ah, das sind diese Hirnwürmer. Die Hirnschnecken. Die hier in der Kanalisation rumhängen. Ey! Nein! Die hab ich gar nicht gesehen! Verdammt! Blöde Schnecken! Ach, das geht gar nicht! Hm. Was mein ich denn jetzt mit der Kiste? Die muss ich mir ja doch von diesem Hirnwurm da anfallen lassen. Ja, aber. Komm doch jetzt nicht. Wo liegt da auch Hirnschneckerl? Ah, warte mal. Vielleicht ist das eine Idee. Licht, du hast recht. Das ist eine gute Idee. Nein, nein, nein. Ich will zurück ins Licht. Ich will ins Licht. Aber da kann ich ja jetzt schlecht zurück nicht rüberspringen, oder? Da bin ich auch sowas von tot. Das ist natürlich klasse. Ah, scheiße. Kommt das Wasser jetzt nach oben? Oha. Scheiße, wie komm ich denn jetzt da rüber? Dafür brauch ich die Kiste wahrscheinlich. Scheiße. Ja, okay. Das war jetzt schlecht getimed, ehrlich gesagt. Ach, die Kiste schwimmt auch gar nicht. Das ist ja herrlich. Ich dachte jetzt, die Kiste schwimmt. Oh, dann geht ja direkt weiter. Wie komm ich denn jetzt da rüber? Ah, ich weiß nicht. Kann ich da rüber? Ich springe jetzt nicht. Ich kann nicht springen. Das ist ja doof. Ich kann mich ja nur absaufen lassen. So, das ist mich uncool. Naja, ich warte mal, bis das Wasser kommt. Zu langsam. Zu langsam. Nein, ich warte mal, bis das Wasser kommt. Oh, ich warte mal, bis das Wasser kommt. Oh, verdammt. Ich hasse diese Hirnschläcke. Oh, jetzt habe ich gerade in den Chat geguckt. Äh. Ey, dieses Spiel ist echt gemein. So, jetzt nochmal. Okay, also. Jetzt warten wir, bis das Rohr... Oh. Batterie vom Dualshock-Controller ist leer. Das ist natürlich toll. Das ist ja echt super. Muss ich ihn gleich mal anschließen. Wir können nur zwischen den Lichtern hin und her laufen. Ne, ich warte jetzt. Wie eben. Nur ich hoffe halt, dass die... Oh. Dass, ähm... Dass sie ja dann nicht wieder umdreht. Weil eben war ich auf dem Rohr drauf und hat die Hirnschläcke einfach umgedreht. Die blöde Schnecke. Wo ist denn das Wasser? Jetzt kann ich auch schon nicht mehr springen. Wieso kann ich jetzt nicht mehr springen? Das ist doch... Hallo, du blöde... Ach, ich weiß schon. Ach so. Okay, ich verstehe. Na, nur... Jetzt... Ah, alles klar. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das nicht gerafft. Aber du hast recht. Du hast komplett recht. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich auch, wieso man so viel Zeit hat. Okay, das heißt, ich muss jetzt erst nochmal ins andere Licht. Damit er sich nämlich umdreht. Weil die Hirnschläcke immer nur in eine Richtung läuft. So, jetzt... Verstehe. Okay, dann warten wir jetzt. Na, wie hängt's denn? Hirnschläcke, alles easy bei dir? Wie schmeckt mein Hirn? Kann ja gar nicht so lecker sein. So, jetzt aber... Ess mich! Ach, Gott sei Dank. Eat me! Okay, alles sagt nach rechts laufen. Deswegen laufe ich jetzt nochmal nach links. Okay, links ist nichts. Also doch nach rechts. Kann ich so weit springen? Ui! Ja. Kann ich. Hm. Okay. Wir waren doch eben noch in einem Wald. Wieso sind wir denn jetzt... Okay, ich spring mal dahin. Äh, äh, äh. Ah, so eine schöne Dusche. Nach einem harten Tag. Das tut gut. Oha. Nein, ein weiteres kostbares Hirnschneckerl ist da hin. Ich bin kein Freund von Hirnschnecken. Auf gar keinen Fall. Ich wette... Oha. Ich wette, hier kann man bestimmt auch schön sterben. Ich würde es gerne mal sehen. Wie der anfängt in... Äh... Ah, okay. Ich weiß nicht, wie geht das? Aber so weit können wir, glaube ich, nicht springen, oder? Dann müssen wir erst das Tee runterholen. Vom Hotel. Oh. Okay, das hätte ich mir vielleicht denken können. Aber ich habe sowieso was. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe schon zwei Hirnschnecken heute in meinem Hirn. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass ich noch viel denken kann. Oh, warte. Okay. An. Aus. Aua. Oh, ich bin schon wieder zu spät, glaube ich. Ah, verdammt. Echt immer so eine Sekunde. Ja. Oh, das war aber jetzt echt ziemlich knapp. Wenn ich jetzt einfach runterfalle... Okay, passiert mir nicht. So ist das schon mal gut. Wuiiii. 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 Strom aus. Wuiiii. 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 Können wir hier locker über das Hotel drüber springen. Oh, oh. Abwärts. Äh. 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 Lauf. Okay, das stürzt nicht ein. Das hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt gedacht, dass das einstürzt. Deswegen. Naja. Wahrscheinlich wäre es auch eingestürzt. Oder was ist das hier? Hm. Können wir denn nicht... Yeah. Und was genau bringt uns das jetzt? Ähm. Ja. Das, äh, macht Sinn. Wahrscheinlich müssen wir das Ding erstmal zum Einstürzen bringen. Hihi. Stürz ein, du Sau. Stürz ein. Toll, da will man mal sterben, dann geht das nicht. Oh. Ah. Okay, jetzt verstehe ich das mit der Leiter. Natürlich. Wie konnte ich das missverstehen? Ist doch ganz klar. Verdammt. Zu früh. Das ist echt geil. Dieses Spiel ist so geil einfach. Ich finde es super. Wie. Ein Leiterwagen. Die beste von Leiter und Wagen. Ein Leiterwagen. Oh, guck mal. Ein Schlauch. Wie schön. Abwärts. Oh. Okay, ich dachte gerade. Warte mal. Wenn es jetzt links weiter geht, dann will ich erstmal gucken, was rechts ist. Äh, nee. Ein Hirnwurm. Geh weg. Nee, nee, nee. Nicht schon wieder. Ich habe doch so wenig Hirn herzugeben. Oh, oh. Das hat gar kein Flatschgeräusch gemacht. Schade. Und das ohne den Hirnwurm. Das muss man sich mal überlegen. So, hier ist dieses Schild. Hm. Äh, dieser Pfeil meine ich. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Irgendwie nichts, ne? Na toll. Komm schon. Friss mein Hirn. Hm? Schneckerl, was haben wir dich vermisst? Irgendwie gar nicht. Also ich jedenfalls nicht. So, ab ins Licht mit dir. Oh nein, Licht. Oh, ich schmelze. Ich schmelze. Und dann wieder in die andere Richtung. Brains. Brains. Gib me Brains. So. Hier ein Schneckchen. Ähm, es wird da ein wenig, ich weiß nicht, da geht's runter. Das ist vielleicht keine gute Idee. Stopp, stopp. Ich will die Kiste. Ich weiß nicht wieso, aber ich will sie. Okay, das geht auch nicht. Wir können eigentlich nur abwarten. In der Zeit lese ich mal den Chat. No Schneckerl, no Pfanne. No Pfanne. Keine Schnecke, keine Pfanne. Oh, ich hab's geschafft. Da waren doch aber eben Hebel und Schalter, die es zu drücken gilt, um zu sterben. Blöde Schnecke. Oh oh. Soll ich drauf treten oder nicht? Soll ich drauf treten oder nicht? Ich glaube, ich trete nicht drauf. Oh, das war, glaube ich, ein Fehler, nicht drauf zu treten, oder? Oh, das war ein... Oh nein, oh Gott. Oh nein, oh Mann, ey.